Noch mal ein bisschen was einpflanzen. So, wenn das Wasser immer so acht Felder weit reicht, dann reicht es eigentlich auch, wenn ich hier einfach nur was hin mache oder hier in die Ecke. Nee, warte mal, wir haben noch mal so. Ja. Genau. Einfach so. So. Dann die Hake Wurmasse. Lächter mit, lächter mit, brauchen wir erstmal nicht. So. Zock, 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 zock. Erstmal muss die Versorgung gesichert sein. So. Und dann, ja, so der weitere Plan, wie sieht denn der aus? Was wird man denn so machen? Nee, ich meine, wir haben jetzt ein Haus, wir haben was essen, wir waren in der Höhle. Eigentlich könnte ich auch sagen, Let's Play beendet, ne? Aber, nee, das wollen wir ja nicht, ne? So. Man könnte natürlich noch fragen, warum ausgerechnet noch ein Minecraft Let's Play? Ja, ganz einfach. Erstens, Minecraft macht zwischendurch immer mal Spaß. Es macht auch Spaß, anderen zuzugucken. Also ich selber tue es ja auch gerne. Und auch zudem kann man so auch erstmal ein bisschen üben beim Let's Playen. Erfahrungen sammeln, ne? Das Kommentieren etwas, naja, verbessern, ne? Weil, dass das gerade nicht das Beste ist, das weiß ich ja auch, aber alle anfangen ist schwer und selbst die Großen haben irgendwann einmal angefangen. So. Gut, dann gucken wir mal, wie geht das denn jetzt mit den Garten eigentlich? Einfach so? Warte mal, ich schau jetzt mal hier. Ich weiß es gar nicht gut, ich hätte mich ja vor allem schlau machen können auf Google, aber... So, Kürbis. Kannst man die wirklich einfach so einladen, oder? Gib mal ein paar Garten her. Gib mal alle her. Okay. Aber da kriege ich doch auch mehrere raus, hoffe ich doch, ne? So, so, so. Gut, okay, dann sind es hier vier, acht, zwölf. Vier, acht. Vier, acht, elf. Da machen wir vier Samen haben wir. Ja. Wenn ich sie mitgenommen hätte, wüsste ich es. So, 13. Komm, dann brauchen wir auch ein bisschen Brot, ne? Weil nur Karotten alleine wollen wir auch nicht. Was sind denn jetzt auch da? So, so, so. Und es wird schon wieder dunkel, aber jetzt kümmern wir es ja eigentlich auch anders, nicht so ein Monster, oder? Ne, wobei es ja eigentlich so auch blöd ist sonst, ne? Oder, Huni, was meinst du? Gut, ich konnte mich jetzt hier auch hinstellen und einfach so, naja, dann warten wir halt, ne, bis die Nacht vorbei ist, oder? Hier geht einfach eine Runde pennen. So, da müsst ihr euch auch langsam überlegen, wie ich dann das Haus weiterbauen werde. Weil es soll ja schon nicht so bleiben, ne? Weil ich könnte ja auch so zur Seite hin anbauen, ne? Und dann vielleicht nach da noch, weil der Zaun kloppt man einfach wieder weg. Wäre ja egal dann. Oder ich vergrößere das Haus nach hier. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist, ne? Vielleicht brauchen wir sowieso noch ein bisschen Holz und Steine vor allen Dingen. Aber Pflastersteine nehme ich nicht, wenn dann nehme ich die, wie heißen die? Okay, ich gucke mal da nach. Ja. Steinziegel, genau. Schrengung. So. Ah, die muss ich auch erst in den Ofen schieben. Ne? Stimmt, ich musste hier nämlich dann erst mal in den Ofen schmeißen, ne? Und dann kann ich die Steinziegel machen. Weil nur Holz wollte ich eigentlich nicht anfangen zu bauen. Ich wollte dann schon auch ein bisschen mit Stein arbeiten. Nur bevor ich jetzt ja anfange, das jetzt hier so auszutauschen, die Wände, überlege ich mir lieber vorher erst einmal, wie groß das Haus eigentlich werden soll. Weil ich könnte schon noch nach da bauen und dann könnte ich auch noch da bauen. So. Ach, Feuer kommt Feuer, machen wir mal hier. Klammer 50. Dann rühren wir mit. Zack. Das wird hier wohl erst mal ein bisschen reichen. Gut. So. Und ich hier mal auch. Ich hier mal auch. So. Da bin ich mal gespannt bei den Karotten. Ich meine, wenn ich eine einpflanze, dann müsst ihr hier auf jeden Fall schon mal mehr rauskriegen, sonst lohnt sich das ja gar nicht. Wird wahrscheinlich auch so sein. Gut. Dann können wir das Rest jetzt mal wieder wegpacken. Gut. Hunger habe ich noch keinen. Dann hätte ich jetzt mal eins probieren können. Wie viel Hunger das wieder gibt. So. Und jetzt laufe ich gerade ein bisschen hin und her und mache gar nichts. Das weiß ich auch. Aber ich bin noch am überlegen. Baue ich nach da oder baue ich nach da. Was ist das da hinten? Okay. Sehr schön. Oder ich mache an dieser Stelle erst einmal Stopp. Genau. Ich nehme mal nicht zu lange auf. Bei der ersten Aufnahme. Denn wir wollen vielleicht erst mal gucken, wie die Qualität jetzt überhaupt ist von dieser Aufnahme. Naja, ich meine gut, okay. Wenn ihr diese Folgen jetzt hier seht, dann... Bin ich damit zufrieden gewesen. Und wenn nicht, dann... Probieren wir es halt wieder. So wie immer. Gut. So. Dann stelle ich mich aber hier mal von Ofen. Da weiß ich nämlich, dass da was drin war. Und sage an dieser Stelle erst einmal Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Euer Daniel Kopp. Hallo und Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Wir starten hier eine neue Aufnahme. Und ich habe mir vorher auf jeden Fall mal ein paar Gedanken gemacht, was ich eigentlich überhaupt hier bauen möchte. Aber vorher gucken wir mal, wie weit ist denn das hier? Achso, das waren die Steine. So, vorher machen wir mal. Erstmal. Die nehmen wir mit. Das ist mal hier. Brauchen wir nicht. Guck mal mitnehmen. So, so. Das nehmen wir auch mit. Einmal können wir hier lassen. Denke ich mal. Herde nehmen wir mit. Okay, das Schwert. Die Schaufel in der Axt. Die können wir erstmal hier lassen. Zorn auch. Pfeil auch. Zorn auch. Steinschwert. Steinspitzhacke. Nein, Steinspitzhacke. Was machen wir sonst noch? Dumm, dumm, dumm. Stimmt. Warte mal. Ich brauche mal ein bisschen Stein eigentlich. Ja, genau. Dann kommt immer noch ein bisschen was hier raus. Ach, das reicht doch schon. So. Dann nehmen wir nämlich hier ab an die Werkzeuge. Mensch, ein bisschen Werkzeug. Was brauchen wir noch? Ne, ich schaufel. Eine. Zwei. Noch eine Steinachse. Nehmen wir mit. Ich will mal noch vier. Eine Spitzhacke. Ach, guck mal. Nehmen wir noch ein. So. Sehr schön. Okay, alles ein bisschen zurechtepacken hier. So. Das. 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 Ich weiß, dass wir da älte. So, gut. Genau. Können wir den noch wieder reinpacken. So. Dann geht's mal los. Na Hundi? Kommst du mit oder bleibst du hier? Ich weiß noch nicht genau. So. Und zwar. Ich wäre gedacht. Ja. Gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich trage hier die oberste Schicht Erde ab. Oder ich schütte das hier mit Erde auf. Aber jetzt gucke ich gerade. Ich glaube, das wäre doch einfacher, wenn ich die ja die obere Schicht hier abtrage. Na, die Bäume kommen wir sowieso erst mal weg. Das ist vielleicht einfacher. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. So. Nehmen wir Hundi mit oder lassen wir Hundi hier? Ach, Hundi nehmen wir hier. Äh, nee. Nein, nicht hier. Lassen wir hier. Doch, genau. Ja. Lassen wir hier. Dann gehen wir mal. So durcheinander. So. Nichts hier runter. Erstmal wollen wir mal ein bisschen Stein holen. Und zwar wollte ich das Ganze auch immer so ein bisschen abwechslungsreich gestalten. Aber nicht immer nur das Gleiche. Das wird ja auf Dauer auch langweilig. Deswegen gehen wir jetzt erstmal gerade runter. Wo war es denn hier? Genau. Hier müssen wir mal einen richtigen Aufgang machen hier. Da ist schon was. Ja. So. Nehmen wir einfach mal ein paar Steine mit. In unser super Maulervögel hier. Oder diese kleine Maulervöcher hier. In die Erde geht. So. Kloppen wir ein paar Steine ab. Aber. Dafür eignet er sich hier eigentlich dann wunderbar. Um Steine einfach abzubauen. Das ist doch nicht Gravillen, oder? Komm. Nehmen wir auch gleich mit. So. Bauen wir auch später für irgendwelche kleinen Wege. Was soll ich eben sagen? Achso, genau. Dafür können wir hier wunderbar Steine abbauen in der Höhle. So. Jetzt nehmen wir hier mal so ein bisschen. Aber den ganzen Gravillen mit. Die ganzen Kies hier. So. So. Nein. Dann bauen wir noch ein paar Steine ab. Und dann habe ich mir gedacht gehabt, dann gehen wir mal ein bisschen hier auf der Insel rum. Beziehungsweise hier in unserer Welt hier und schauen mal, was sich hier alles so findet. Deswegen habe ich auch ein paar Schrauben gleich mitgenommen, weil wenn wir unterwegs dann schon vielleicht eine Wüste finden, dann nehmen wir da auch gleich ein bisschen Land mit. Oder wie jetzt hier gerade mal ein bisschen Gravillen gleich. So. Hier noch ein bisschen was. Dann noch ein bisschen was. So. So. Komm. Komm. Dann machen wir das gleich. Dann gehen wir nicht noch mal hoch. Den nehmen wir jetzt gleich mit. Den bringen wir nicht in die Kiste. Dann schauen wir mal. Dann machen wir mal ganz schön viel, hätte ich gar nicht gedacht. Zack, zack. Hier noch was. Hier noch was. Dann noch was. Jetzt haben wir es aber, oder? Jetzt ist es auch so. Ich würde nur sagen, wir machen hier mal eine Fackel drin. Zack. Irgendwas anderes noch hier, was wir gebrauchen können? Nö. Gut, jetzt ist ein kleiner Aufstieg. So, hier. Und da. So. Komm mal. Das ist vielleicht ein bisschen zubern hier. Nee, da kommen wir ja gar nicht mehr durch dann. Dann machen wir hier halt noch ein bisschen. So, jetzt. So. Nein. Gut, da ist mir erst hinüber. Guck, dass wir noch mehr gemacht haben. So geht's doch. Falls wir noch ein paar Stein abbauen sollten. Ja, und jetzt hier. Was machen wir jetzt hier? Ach komm, mach mal zu. Toll. Baue ich Steine ab, um hinterher wieder zuzubauen. Ja, super. Nein. Bisschen falle ich da nicht rein. So. Haben wir auch hier noch ein bisschen Steine ab. Das Ganze war ein bisschen. Oh, Eisen. Oh, Eisen. Guck, letztes Mal übersehen. Einer. Toll. Hat sich gelohnt. Hurra, ein Eisen gefunden. Also, das war bis jetzt wenig beim letzten Mal, wo wir unten waren. Eigentlich kaum was. So. Hier noch ein bisschen was. Ein bisschen schön machen hier. So. Jetzt kraten wir ja auch ab. So. Hier noch. Steine werden wir immer brauchen. Hauen wir mal den Fattel hin. Wie soll ich sagen? Jetzt habe ich eigentlich die Karte vergessen. Die müsste ich eigentlich noch mitnehmen. Obwohl, ich meine, so groß ist die Welt ja ja auch nicht. Also. Ich bin da doch zuversichtlich, dass wir nach Hause finden werden. So. Hier noch ein bisschen was. Er hat auch gleich. Zack, zack, zack. Stimmt, wir wollten das hier. Ne, was wird das? Habe ich jetzt auffüllen oder ich abtragen? Ach, ich weiß gar nicht mehr genau. Ach, sehe ich dann. Das mache ich jetzt sowieso nicht. Also, wir wollen wir einfach ein bisschen. Erde noch ab. Mal schauen. Das müssen wir halt abwägen, was dann einfacher ist in dem Augenblick. Oder was schneller geht. Toll. Ja. Da, ein Töckchen hin. Auch noch. Oh, Eisen. Schön, schön. So, jetzt habe ich hier die ganze Erde abgetragen. Hier drei Blöcke tief. Und dann finden wir gleich nur ein Eisen. So. So. Dann noch. Dann noch.